Hallo Leute, was geht ab, hier ist wieder euer Shox und ich möchte für heute Abend einen Livestream ankündigen, ich werde heute Abend das neue Call of Duty Advanced Warp für Harbop DLC streamen auf meinen Twitch-Kanal, der unten bereits eingeblendet ist, der ist natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und wer genau dabei sein wird, wer mit am Start ist, weiß ich noch nicht, da muss ich noch schauen, wer drauf Bock hat, auf jeden Fall lade ich euch alle ein, vorbeizuschauen, ich werde auch immer wieder mal einen Viewer einladen, für die Leute, die das Map-Pack natürlich besitzen, da ich ausschließlich heute das neue DLC streamen werde, wer es nicht, kann auf jeden Fall gerne trotzdem vorbeikommen, neue Maps abchecken oder ein bisschen mit mir beziehungsweise mit uns dann chillen, wird sicher ein ganz witziger und lustiger Stream, ansonsten das Ganze beginnt um 19 Uhr heute Abend, wie gesagt, auf meinem Twitch-Channel, und ich würde einfach mal sagen, macht mal Open End, also solange ihr Bock habt, solange mir das Ganze Bock, macht man das einfach mal, die plant ist jetzt mal bis 23 Uhr auf jeden Fall, also eine gute Unterhaltung heute Abend, und dann würde ich sagen, wir sehen uns heute Abend, bis dann, ciao, servus, euer Schox.